Hallo und Herzlich Willkommen zu Nix to Commander mit Tosni und Tom. Hallechen Taddel. Mann ey, Alkohol ist böse Kinder. Lass die Finger davon. Ja echt mal. Da seht ihr was mit euch passiert, wenn ihr zu viel Alkohol trinkt. Da geht gleich eure Stimme in den Arsch. Ja, da willst du direkt Taddel ey. Okay. Viele wollen das wahrscheinlich auch. Die finden das bestimmt voll gut. Jetzt haben wir jede Menge besoffene Mädchen. Na gut, das ist jetzt vielleicht nicht so von Nachteil, aber naja. Oh lol. Das letzte ist es auch nicht. Jo und das leckt einfach. Also nicht meine Aufnahme, sondern das Ruck. Ach man ey. Das Spiel leckt meinst du oder was? Nee, das sind Internetverbindungen von den Gegnern. Ach so. Jo. Jo. Die Gegner lecken. Sagt es doch einfach. Jo. Jo. Am Arsch. Hat er mich da weggeholt ey. Alter, guck mal, wie schwer er war zu viert. Stopp jetzt schon. Nice. Fünften war mein. Yeah. Habt schon mal mehr geschafft als mit dem Maus und Tastatur. Alter, was? Oh, ihr wird hier bloß weggerotzt ey. Voll die Crank-Runde hier. Warte, jetzt schluck doch. Alter, ich lasse hier gleich. Okay, da ist es warm. Jo, natürlich. Uns drei. Oh baby, triple. Warum denn? Wen denn sonst, weißt du, wenn nicht uns? Naja. Wenn man schon aufnimmt, dann die Aufnehmer töten. Genau. Boah. Alter, bin die scheiße. Hä? Oh, von da ist er. Oh nee. Alter, der erste Fünfte steht 13-0 ey. Ja man. Oh shit ey. Wir haben die mega gute Runde hier ausgewählt. Cool. Oh, schon assist. Ach komm ey, wo kommen die denn überall her? Das ist so unglaublich. Was kann das hier jetzt? Ey, die kommen von überall und nun wo. Das ist echt unglaublich. Hier, Sprung, das ist noch eine Selbstentzündung. Oh man! Du Fickin' Sniper. Yo, Alter, was ist denn das für eine Waffe ey? Was für eine Waffe? Der Draken ist das. Ja, was? Yo ey. Du hast wirklich mit Kontrollern ein leichtes Auto-Aim. Nein, hast du eigentlich nicht? Ja. Ne? Ne? Das ist nur, äh, bei Black of Star war das nicht. Also das zieht ein bisschen nach, weil, wenn ich auf ihn drauf bin. Echt? Da verfolgt ich dem bisschen. Ja. Ey, guck mal, ich krieg schon da hin, also, mach das doch. Alter. Geh, geh. Geh, geh. Warte mal, probiere ich jetzt auch raus. Mau, mau. Ah nee. Warte mal, geht das jetzt so? Ja, tatsache. Ah, die Krügelchen. Krügelchen. Probier ich mal aus hier. Alter, das kann doch nicht sein mit Controller. Ohne Witz. Ja, wie die Glühwimmchen ein zerfetzen, ey. Jo, die Glühwimmchen sind mega hart. Ja, die Glühwimmchen sind mega hart. Er steht einfach 20.0, ey. Achtung, feindliche Talen unterwegs. Hallo, ich brauche jetzt meinen Gegner. Oh leul, das ist mega langsam. Ich tauche einfach nur. Ja. Ich finde das tauchen für cool. Da hat die Reaktionszeit vom Controller gefehlt. Ja, ne, Controller ist nicht gut. Der Controller ist überhaupt nicht gut. Also ich bleibe jetzt beim Controller, spiele ich einfach den Controller scheiß drauf. Also das mache ich, mache ich mal nächste Runde. Ach komm. Alter, ich spiele es mal. So kann ich sogar das Spiel multiplayer spielen, macht sogar Spaß. Wow. Oh, wow. Nächste Runde spiele ich mal mit. Das war das denn jetzt? Ja, im Arsch, ey. Scheiß Crickscope, ey. Ach komm, mit seinem Flammenwerfer. Alter, der hat mich voll aufgeböhnt. Also die Runde ist überhaupt nicht gut, ey. Das ist ja... Wir sollten keinen Team-Death-Match spielen. Nimm mal Herrschaft. Herrschaft, richtig. Oder Stellung oder sowas. Ich glaube, das ist besser. Übersteuerung erledigt. Ach, geh doch drauf, Alter. Nein. Alter, die haben gleich gewonnen, ne? Ja, ja. Könnte doch. Ja, so nächste Runde Herrschaft. Sehr kurze Runde NTC. Ja. Ach komm, ey. So, jetzt mache ich mal ein paar Kills hier, ey. Jetzt habe ich dieses ekelhafte Geräusch von den komischen Fliegen im Hintergrund, weil ich gerade, während die mich auffordern wollten, erschossen worden bin, ey. Was hast du im Hintergrund? Ja, dieser Westenschwamm, oder was hast du? Davon habe ich die ganze Zeit geräuscht. Ach so. Ja. Aufrufen. Nice. Schöne Niederlage. Hammergute Runde, ey. Ist tot. Oh Mann. Olaf Kill. Oh. Prutz, Prutz, Prutz. Hey Tom. Schön, dich auch zu sehen. Hat's ihn zerlegt, ne? Der ist auch so ein Wikinger. Ja, ja. Oh, Olaf. Der Wikinger, aber so. Der Olaf, ne? PewDiePie. Der hat schon die höchste Zumbi-Tarnung mit dem Teil. Hm? Der hat schon die Zumbi-Tarnung, die höchste mit dem Teil. Ja. Hab ich auch. Alter. Der hat auch einfach ne... Ja, ich bin letzt. Der hat einfach ne 6-0er KD, alter. Ja, läuft bei dem, ne? Ja, man läuft richtig bei dem. Der hat 4 Punkte gehabt wie ich. Alter. Kann man mal machen. Das ist unglaublich. So, jetzt machen wir noch ne Runde Herrschaften dran, würde ich sagen, ne? Ja, die Folge ist so kurz, alter. Ja, na, machen wir jetzt Beendung der Folge, oder was? Ne, wir machen jetzt noch eine hinterher. Lass noch eine Runde hinterher machen. Und ich hab einen mitgenommen, warte mal eben. Ich geh mal mit raus. Ich hab Lust, grünen. Ne, hätt's nicht mehr. Du musst damit rausgehen, ne? Komm, annehmen. Schnell, schnell. Ja, chill doch mal. Ne, ich kann das Team, wieso kann ich das Team Overlay nicht öffnen? Ich hab' einen so ne Scheiße, ey. Ich hab' einen so ne Scheiße, ey. Hier spielt Fotos, die dritte. Yeah. Go, 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 go. So, los geht's hier. Nächste Runde. Oh nein, wir kommen rein. Oh nein. Woll' noch nicht in der Runde rein schauen. Es ist nicht gut, Freunde. Warum? Nicht gut. Weil es sein kann, dass die Runde gleich vorbei ist. Ich betreffel nicht. Ja, da hast du noch ne kurze Überfolge? Ja, richtig. Ey, siehst du 108, 151. Yo! Gleiches relativ, ne? Kann ich nicht mal einen Punkt einnehmen? Hallo, komm doch mal her. Etta, was machst du da? Komm her, du musst helfen. Ey, rennt ihr? Ihr rennt beide vorbei. Ich? Mach' ihr Freunde, ja. Oh, lol. Ich hab' Dings eingenommen. Feindliche Vorräte. Gut, den Punkt. Und ihr seid einfach schön vorbei gerannt. Ja, komm, ey. Da kommt ja dann... Ma, ey. Das war sehr hilfreich, ey. Hier jemand. Wir verlieren C. Nice, Alter. Ach, fuck. Wir drehen das jetzt noch. Ja, wir müssen es... Ja, wir drehen das jetzt noch. Genau. Genau. Sichern A. Feindliche Vorräte über uns. Jawoll, wenigstens noch den Punkt gesichert, ey. Ja, das verlieren wir sowas von. Das war für sie. Die Runde ist bald vorbei. Komm, B sichern. Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, fuhr, ey. Und Alpha verlieren die wieder. Alter, was? Warum das spielt nur am Handy? Wow. Stehen die da wieder weg? Wir verlieren Charlie. Oh, wow. Wow. Übersteuerung. Übersteuerung. Wie steht dieser fucking Wächter? Yo, ich bin doch in der Übersteuerung gestorben, ey. Es gibt einen Flammenwerfer, Alter. Ja, ja. Die sind mega krass. Mann, jetzt geht drauf, du Mikrowelle. Geht doch. Ach, fuhr, ey. Nice. Mega gute Runde. Easy peasy. Ich würde sagen, das war die beste Runde COD, die wir je hatten. Oh ja. Vorne auch die längste. Aber die Folge ist wahrscheinlich genau 10 Minuten lang. Das passt. Perfekt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin. Haut rein. Traum aufs Dach. Tschüss. Und lass die Finger weg vom Alkohol. Genau.